Oh, das Müll ist... das Müllding ist weg, oder? Ich glaube, das Müllding ist weg. Okay. Ja, in England, ne, Nico? Das habe ich heute auch gehört. Oh, Entschuldigung. Wie viel Sprit haben wir noch? 99 Liter. Geht noch einen Moment, oder? Ich habe dem was geschenkt. Warum ist der böse mit uns? I don't know. Gut. Ah, komm, wir gehen mal ins Telefon. Hey, punk! Where's our goddamn money? Oh,اتf! Oh. 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 Was ist jetzt unsere Tankstelle? Jetzt ist der Müll wieder da. Wo ist der Müll? Was war das? Ich muss immer noch das Telefonat entgegennehmen. Was ist, wenn ich jetzt schnelles Telefonat annehme? Hä? Ich glaube, ich muss das Darlehen trotzdem erst zurückzahlen. Das kam doch erst nicht. Gerade. Das kam doch nicht. Die We've got a gas station to run. Hey, nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake. A serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. Cool. Jetzt haben wir ein Lager zu bewirtschaften. Okay. Haben wir offen? Ja. Das ist die Aufrüstung der Tankstelle. Erfolgt über das Menü der Station. Das ist über den Hauptbildschirm. 20 Dollar. Dann haben wir die Aufgabe fertig. Schön. Oh. So. Wir könnten... Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir die Tankstelle zumachen. Jetzt können wir plötzlich... Und dann Kraftstoff. Oh. Unsere Tankstelle ist größer. Guckt. Guckt. Niiiice. Niiiice. Ich muss mal noch Dreck hinterher fegen hier. Hallo, hallo. Cool, danke. Wir machen mal ein bisschen Geld hier. Ja. Äh. Grunde an Kraftstoff, Entschuldigung. Okay. 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 Und dann können wir das Regal verschieben. Hallo, Nina. Und Dankeschön. Danke dir. Ja. Brauchen wir den Computer noch, den zweiten. Jetzt läuft weg. Tastatur weg. So. 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 61 Liter. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Kraftstoff bestellen. Hm. Die Frage ist, gehen wir jetzt ins Lagerhaus? Was? Warum wurde hier gehupt? Machen wir die Tankstelle zu? Oder lassen wir die auf? Ich glaube, wir sollten die dann irgendwann mal zumachen. Dann gucken wir uns das Lagerhaus erstmal an. Die Müllabfuhr. Mal sehen, ob sie diesmal alles mitnehmen. So voll, wie die aber schon ist. Aber mich schieb mal ein bisschen an. Hier ist der Müll. Hier, bitteschön. Alles hast du ja auch wieder nicht mitgenommen. So, jetzt kommt Benzin. Wie steigen die denn aus? Die rutschen ja von ihrem Sitz. Okay. Hier. Ja. Unfall. Eindeutig. So. Ich mache jetzt mal die Tankstelle zu. Wir haben jetzt drei Tage durchgearbeitet. Und dann gehen wir mal ins Lager. Gucken. Oh, wir haben kein Essen und Trinken mehr. Ich mache jetzt mal die Tankstelle zu. Wir haben geschlossen. Okay, über das Dach kommen wir ja schon mal nicht rein. Was? Okay, wenn wir bestohlen werden, dann mache ich zu. Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder betriebsbereit zu machen. Hä? Ja. 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 Dann halt so. Ich habe hier ein Pferd. Wir haben Rudi. Aber Rudi ist ein Bagger. Und der braucht kein Heu, glaube ich. Ich finde es halt schade, dass wir das nicht irgendwie verkaufen können oder so. Das wäre cool. Gut, dann lassen wir uns kurz ein bisschen Zeit räumen hier auf, bevor wir die Tankstelle wieder aufmachen. Weil das Müll wegräumen kostet uns ja nichts. Ist nur einfach ein stupides hin und her laufen. Flugzeug. Das können wir ja noch gebrauchen. Wow, das scheint gerade eben schon 10 von 11. muss ich das jetzt öffnen, wieder herstellen? SCHEIN